Musik Ich wollte Ihnen eigentlich etwas anderes mitbringen. Schnee. Aber das ist daraus geworden. Kein Wunder. Es war Schnee von gestern. Und das ist der Schnee von gestern. Schnee von gestern, das meint Dinge, die wir getrost hinter uns lassen können. Dinge, die wir vergessen dürfen. Dinge, die sich vielleicht verwandeln, weil Gott seinen guten Geist in uns legt. Weil Gott seinen guten Geist auf die Dinge von gestern legt, die uns noch unmöglich und ganz anders erschienen. Heute sind sie vollkommen anders. Schnee von gestern, vielleicht gutes Wasser, das ganz viel Gutes hervorbringen kann. Wie heißt es im Propheten Jesaja? Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Schnee von gestern? Vergessen Sie es. Heute ist es wunderbares Wasser, das Gott uns aus seiner lebendigen Quelle schenken will. In diesem Sinne schlafen Sie gut. Gott segne Sie. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Im Namen Jesu. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!